herzlich willkommen zum kameratest des oneplus 9 pro und wir fangen mit den videos an hier macht den anfang die hauptkamera im 8k modus mit 30 fps weiter geht's mit der ultra weitwinkel kamera und auch hier kann man in 8k und 30 fps filmen dann kommen wir wieder zur hauptkamera und diesmal im 4k modus mit 60 fps und mit der ultra weitwinkel kamera kann man ebenfalls wieder mit 4k 60 aufzeichnen als nächstes dann der 4k 30 modus und hier wieder mit der hauptkamera und dann noch 4k 30 mit der ultra weitwinkel kamera wieder geht's zurück zur hauptkamera und diesmal im full hd modus mit 60 fps und als nächstes wieder die ultra weitwinkel kamera ebenfalls mit full hd und 60 fps kommen wir nun zum full hd 30 modus und hier starten wir mit der hauptkamera und dann noch full hd 30 mit der ultra weitwinkel kamera und das ist nun die frontkamera im full hd modus mit 60 fps und dann noch einmal die frontkamera mit full hd modus mit 30 fps und dann noch einmal die frontkamera mit full hd modus mit 30 fps und dann auf die rd modus mit einem fügschappert 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020